Ja Freunde, ich fange hier gerade in Nettrick, aber super viele, na super viele sind übertrieben. Eine kleine Barsche hier anscheinend. Ich weiß nicht, ob die den Köder runterkriegen. Aber sonst soll es noch ein bisschen schleppen für Sweetfishing und 10 Mann. Ein Thunder, das ist noch mal verbesserungswürdig auf jeden Fall. Naja, aber zumindest das Wetter hält sich. Die Jungs haben gute Laune. Gestern Abend war es auch ein bisschen feucht-fröhlicher. Da brauchen wir vielleicht auch noch mal ein paar Minuten, um in den Pfad zu kommen. Petri Torge, erklär mal, wie hast du ihn gefangen? Oh Mann, die 500 Euro Route. So, einfach Pintay am Cibo über den Grund fliegt. Poltern!